Falls vorhanden, entfernen Sie die Schutzfolie auf der Wandanschlussplatte. Drücken Sie das Gerät mit beiden Händen flach an die Anschlussplatte. Schieben Sie es vorsichtig senkrecht nach unten, bis die Arretierungsstifte der Anschlussplatte in die Löcher in der Geräterückwand greifen. Schieben Sie die Innenstation bis zum Anschlag nach unten. Für die Demontage führen Sie den mitgelieferten Entriegelungswinkel hinter dem Gerät in die Öffnung in der Wandanschlussplatte ein und drücken ihn bis zum Anschlag nach unten. Jetzt kann die Video-Innenstation nach oben geschoben und nach vorn entnommen werden.